Wie gesagt, wir erwarten uns eine frohe Beteiligung. Wir wünschen eine frohe Beteiligung für dieses Screening ohne in avanti. Ich darf sehr herzlich zur Vorstellung von Sabanian zu den Partiten C. Sie können auch sagen, dass Sie die Assessoranz von Dorana Zardo, danke für die Primarie der Infektologie und die Primarie der Laboratoren. Sie können in den Detail, in dieser neue Kampagne, die ich denke, wir können Ihnen spiegern. Ja, Dankeschön, Buongiorno, a tutti, a tutti, a tutti, a parte mia. Ja, Gesundheitsversorgung, die Betreuung von Menschen, die bereits krank sind, die bereits Symptome auf Lebensweise wie Krankheitsförderung sind, aber das ist möglicherweise auch chronisch und nicht mehr. Ich glaube, dass Sie auch wiederholen sind, wollen Sie die Konsequenzen causatoren vom Virus und heute gibt es eine Möglichkeit. Ich sage mal als Training Days geben, wir haben das erfahren aus der Covid-Zeit, dass wenn man hier dann besonders interessiert und bewusst zu machen, dass man mit der Einzelperson, die auch der Hoffnung ist, die die Menschen verteilt, das ist auch meiner Teil und meiner Teil an Sie, ich schätze die Medienverbreterinnen und Medien. Konsequenzen einer Infektion, die sehr heimtückisch zu aktivieren, in diesem Projekten die Screening, die determinata zwischen 1989 und 1989, die die Analyse, die dann weiterentwickelt wird. Konsequenzen einer Infektion. Konsequenzen, der Regrettore-Generale und der Regrettore-Generale und der Regrettore-Generale und der Regrettore-Generale. Konsequenzen, der Regrettore-Generale und der Regrettore-Generale und der Regrettore-Generale und die Verbrechen auf dem Markt kam. Wir hatten so eine hohe Störtlichkeitsrate, deswegen als dieses neue Verkürtungsseffekte für mein Leben rennen und ich bin bereit dafür mitzuhalten und wollte Ihnen jetzt kurz das Projekt vorstellen. Für die Hepatite C. Die Hepatite C ist eine Infektion seit sechs Monaten, das heißt, seit Beginn. Das heißt, die Hepatite C ist normalerweise mit den Hepatiten akuten, mit einem dolor. Dieses Virus ist in den 60, 80, aber auch hier, eine progressive Verkürtung des Fegates. Es ist ja auch bei Blattchirrhose einfach. Am Ende dieser Therapie wird natürlich wieder das Blut auf die Virustaste untersucht und wenn diese negativ ist, sechs Monate... Und dieser Bluttest wird dann im Labor ausgewertet. Es handelt sich um einen Nachweis, ob der Patient... Sie finden in allen Laboratoren der Krankenhäuser statt. Und nicht nur, das ist uns gelungen, aber in Zusammenarbeit auch mit den Privatkliniken Häusern für die Kursabnahme. Also wir stehen praktisch mehr oder weniger den ganzen Tag für die Zeitenfälle. Im öffentlichen Bereich, in den Krankenhäusern und in der nächsten Folie sind... Wie gesagt, es ist eine gefährliche Krankheit, die man nicht unterscheiden soll. und es ist, meines Wissens, eine der ganz wenigen Möglichkeiten... ...und, in Italien und in Italien und in Italien, und in Italien und in Italien, und in Italien und in Italien sind sie sehr wichtig. Und Sie können das, was auch noch ein Potenzial für den Patienten, die haben diese Krankenhäuser in Anstattung. Es ist eine liberale Krankheit. Wir wissen, dass sie für die Menschen insgesamt erreichen, weil wenn sie sich in diesem Spinn konversieren, dann sind sie auch...